Und zwar ging es darum, wie groß ist die Breite und die Höhe eines Displays mit einer 24-zölligen Diagonal. Okay, und wir reden hier von 16 zu 9 Display, Standard heutzutage. Ich habe den Stift, also, ich habe ja auch gesagt, dass ich das selber schon öfter mal ausgerechnet habe, mich interessiert. Da ist unser Display und das Seitenverhältnis ist 16 zu 9. Und hier haben wir eine Diagonale. Und diesmal trennen wir die Aufgabe ganz separat in zwei Teile. Erstmal ermitteln wir das Verhältnis dieser Diagonalen, nur die Diagonale ist uns in der Länge bekannt, zur Höhe und zur Breite. Wenn wir die wüssten, könnten wir diesen Schritt auslassen, aber wir werden ja nun mal als 16 zu 9 angegeben. Also, Höhe und Breite eben. So, okay. Wie bereits begonnen zu erläutern, müssen wir den Satz des Pythagoras anwenden. Ich muss das jetzt hier ein bisschen kleiner nochmal aufmalen, weil ich sonst da an die Darstellungsgrenzen komme. Ja, der Satz des Pythagoras besagt, dass bei einem rechtswinkligen Dreieck, was wir haben, die beiden Kathetenverdraht, also die denn nicht dem rechten Winkel gegenüberliegenden Seite, sondern die beiden Seiten, die an dem rechten Winkel hier, ich hoffe man kann das überhaupt auf dem Video erkennen, anliegen, dass die Fläche dieser beiden Quadrate identisch ist mit dem sogenannten Hypotenusenquadrat, was eben dem rechten Winkel gegenübersteht. Und zwar die Summe der Fläche. So, das ist der schlaue Satz. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Und das C ist eben diese Seite, die dem rechten Winkel gegenübersteht. Das wir es jetzt wohl nicht sehen können, aber eben das, was ich jetzt hier versucht habe, rot zu markieren. So, und wir wollen jetzt nur das Verhältnis erstmal ausrechnen, was diese Seite hat gegenüber den anderen beiden. Also wir kümmern uns jetzt nicht um diese 24 Zoll, sondern wir gehen einfach um, das hat 9 von irgendeiner Einheit, das hat 16 von irgendeiner Einheit, und was genau ist jetzt die Größe von genau D. So, wir wissen, dass einer, ich sag jetzt mal A und B, A ist unter, B ist hier an der Seite, ist dann 16, 16 zum Quadrat plus 9 zum Quadrat, ist gleich C zum Quadrat. Das sind 256 plus 81, ist gleich C zum Quadrat. Ich glaube, ich schreibe jetzt nochmal ein bisschen größer. Das bedeutet, 337 ist gleich C zum Quadrat. Und dann müssen wir eben, um dieses Quadrat loszuwerden, weil wir wollen das Verhältnis der Seite wissen und nicht irgendeines Quadrates über der Seite. Das ist ja eher eine virtuelle Konstruktion, die man auflösen muss, um die Seitenlänge zu erhalten. Das interessiert nicht ein Quadrat auf der Seite, ich will die länger haben. Also müssen wir auf beiden Seiten, weil es ein Quadrat ist, die Quadratwurzel ziehen. Quadratwurzel ist die ganz normale Wurzel. Es gibt auch andere Wurzeln, die interessieren uns hier nicht. Hier geht es um die Quadratwurzel von 337. Die müssen wir ermitteln. Und die Quadratwurzel von C² ist eben genau unser gesuchtes C. So, ja, was ist jetzt die Quadratwurzel? Das, die kannst du dir rechnen, gar nicht. Also geht vielleicht, geht sogar wirklich, aber das wird nicht eure Aufgabe sein. Also musst du den Taschenrechner nehmen und 337 eingehen und auf die Wurzeltaste hacken. Hier, der tolle Taschenrechner von meinem Chef hier, wissenschaftlich, unwissenschaftlich, eher kaufmännisch, gibt das nicht her. Deswegen habe ich hier meine fürchterliche Ungenauskeit das schon vorher ausgerechnet. Ich habe lediglich fünf Stellen hinter dem Komma verwendet. Das tut mir unheimlich leid. Das Ergebnis ist 18,35756. Was sagt uns das jetzt? Jetzt haben wir es verhältlich, es ist ein ungefährer Wert. Also bitte, wenn es jetzt wieder um Mikrometer geht, dann reicht das nicht. Was sagt uns das jetzt? Wenn die Seite 9 lang ist, dann ist die 18,35756 lang. Wenn die Seite 16 lang ist, dann ist die 18,blablabla. Wir haben jetzt das Verhältnis. So. Das Verhältnis kann man in einem Bruch darstellen. Also man kann sagen, welcher Anteil dieser Seite ist denn diese Seite. In diesem Fall, ja, das ist 9 durch 18,35756. Damit würden wir jetzt eine Zahl rauskommen, die etwas kleiner als 0,5. Das passt ja auch. Die Diagonal ist nun mal etwas mehr als doppelt so lang. Sehen wir hier. 18 plus ein bisschen ist ja etwas mehr als doppelt so viel wie 9. Das interessiert uns aber weniger, weil wir wollen nicht diese Länge haben, sondern wir haben ja eine ganz andere Länge. Wir haben ja diese Zollangabe, 24 Zoll. Also müssen wir jetzt noch dieses Verhältnis der beiden Seiten zueinander mit der tatsächlichen Länge dieser Seite multiplizieren. Also, wenn die Seite jetzt tatsächlich genau diese Länge hätte, dann würde ich das Ganze mit genau diesen Wert multiplizieren. Dann würde ich den Wert gegen den zu multiplizierenden Wert herauskürzen können und dann blieb die 9 übrig. Was ja auch richtig ist, hier steht ja die 9. Wir haben aber eine andere Länge, also müssen wir auch unseren richtigen anderen Wert angeben. Und dazu müssen wir die 24 Zoll erstmal in Zentimeter umrechnen. Das mache ich jetzt mal einfach hier unten drunter. Das ist ja ganz normal. Einfach rechnen. 24, ich mache das mal als Kreuz, böserweise, damit man es besser sehen kann. Mal die 2,54 Zentimeter pro Zoll. 1,524 Inch gibt gleich 2,54 Zentimeter durch Inch ist gleich 60,96 Zentimeter. So, und das ist eben die Zahl, die diese Seite wirklich hat. Und da wir da vorne das Verhältnis der beiden gegenüber haben, müssen wir das jetzt einfach miteinander multiplizieren. Und bekommen dann das Ergebnis raus. Das mache ich jetzt einfach mal. So, ähm, 9, durch, 18, 3, 5, 7, 5, 6, gleich. 0,4902612. Und das multiplizieren wir jetzt mit unseren 60,96. Also 29,886. Ich runde das jetzt mal auf zwei Stellen hinterm Komma. Dabei fühle ich mich richtig scheiße, aber ich mache das jetzt einfach so. Das sieht so aus wie meine Schule, wie früher. Ne, sieht noch besser aus, aber als gäbe es zumindest schon mal die Richtung. Ähm, okay. Ja. Das andere ist eher trivial. Das sind genau das Gleiche. Jetzt nehmen wir die 16. Und teilen die ebenfalls durch die, äh, diese, das Verhältnis dieser beiden zueinander ermitteln wir. Wieder multipliziert. Das rechne ich jetzt mal eben hier schnell so aus. Da kann ich hier schneller tippen. 0,8715755 mal 60,96. Das Zwischenergebnis, was der hat, das, das runde ich jetzt nicht irgendwie ab. Also solange es geht, kann man ja ruhig mit den Zwischenergebnissen arbeiten. Äh, je länger man mit den Zwischenergebnissen arbeitet, desto weniger hat man Rundungsfehler durch Zwischenrundungen. Und jeder Rundungsfehler ist richtig scheiße. Aber man hat mal volle Kanne. Man kann es komplett vergessen. So. Da haben wir jetzt die 53,133. Das ist jetzt der Hintergrund. Da ist noch 35,131242. Das rundet man dann eben ab auf die 3. Okay. Jetzt könnte man noch sagen, hm, stimmt das überhaupt? Mir fällt da ein, wie man das relativ gut überprüfen könnte. Ähm, denn das Verhältnis der beiden Seiten, die wir ja sicher wissen, äh, 16 und 9, das kann ja hier falsch sein, und hier können wir uns auch verrechnet haben, ist 16 durch 9. Also das Verhältnis zwischen den beiden. Wenn man das mal ausrechnet im Taschenrechner, äh, dann ist das 1,7, also 1,777777777 bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Äh, äh. Und da wir jetzt hier zwei konkrete Längen ausgerechnet haben, müsste, äh, sich das Verhältnis dieser beiden Werte zusammen auch als 1,777777 darstellen. Durch die Rundung kann es jetzt eine kleinere Differenz geben, aber, äh, ich nehme jetzt die längere Seite. Differenzierte 53,13 und teile sie durch die kürzere Seite 29,89 und bekomme als Ergebnis einen Wert, der mich zwar nicht wirklich erfreut, ähm, aber der zumindestens die ersten drei Nachkommastellen korrekt enthält. Also denke ich, äh, dass der Pferd sich ausschließlich auf die Rundung bezieht und würde sagen, Quod erat demonstrandum. Also, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, ich hoffe, du hast es nicht mittlerweile eh schon alles fertig gemacht, oder ich hoffe, und dann vor allen Dingen noch vielleicht in einer Art und Weise die, äh, die, äh, die einleuchtender erscheint, oder offensichtlicher. Äh, ja, ging eigentlich ganz gut. Also ich habe das nicht vorbereitet, das 1, was ich vorbereitet habe, war diese Wurzel, aber ich habe natürlich, äh, schon als du diese Aufgabe gestellt hast, äh, entsprechend darüber nachgedacht. Und ich glaube, ja, ne, du hast ja sogar einmal zwischendurch gezeigt, wie genau, äh, denn euer Lösungsweg war. Ich habe das jetzt ja auch ein bisschen anders gemacht, diesmal, indem ich das getrennt habe, erst komplett die Verhältnisse, Zahlen raus, und erst dann, wenn diese Geschichte klar ist, dann mit den Zahlen dann dran. Das hätte man ja auch nur im Dreisatz machen können, äh, das lehne ich ab, das ist mir zu trivial. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag.